Die Tour war gut, oder? War die Tour gut, Matschliga? War deine fünfte Tour dem Morgen, oder? War die Tour. War die Tour. War die Tour. Konga! 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 Wir haben hier einen tollen Blick auf das Schloss Eberstein. Das Schloss Eberstein war ursprünglich eine mittelalterliche Vorweg und wurde von den sogenannten Ebersteinern im Jahr 1270... Wir haben hier einen tollen Blick auf das Schloss Eberstein. Wir haben hier einen tollen Blick auf das Schloss Eberstein. Wir haben hier einen tollen Blick auf das Schloss Eberstein. Wir haben hier einen tollen Blick auf das Schloss Eberstein. Wir haben hier einen tollen Blick auf das Schloss Eberstein. Wir haben hier einen tollen Blick auf das Schloss Eberstein. Jetzt fangen sie gerade hier ab, oh, guck mal, schön hier, oder? Ach Gott, wie, ach, da oben, die wollen sie auch, die kann ich mit zoomen, die kann auch da. Okay. 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 Gut. So. Wir haben jetzt gerade den Zürichsee verlassen und sind unterwegs hier zum Walensee. Mit dem Zürichsee und dem Walensee scheinen doch ein paar Berge. Oh, ich bin fast umgefahren. Wir sind immer noch am Walensee. Gut, okay.